Hi! Ich möchte euch heute die BEMA-Klassikmatte vorstellen. Die BEMA-Matte mit dem Magnetfeld quasi, die ich benutze, um meinen Körper zu entgiften, zu reinigen und ich kann sagen, dass die Matte, glaube ich, bei mir wirkt. Ich selber bin leider schon dreimal, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, wegen einem Hirntumor operiert worden und seitdem ich die Matte benutze, seit gut anderthalb, zwei Jahren, sind die Werte auch stabil und ich habe das Gefühl, dass die Matte bei mir wirkt, insofern, als dass ich mich eigentlich insgesamt auch vitaler fühle, auch wenn ich so kleine Mikroverletzungen am Knie habe, wie nach dem Joggen oder nach dem Radfahren irgendwelche Beschwerden habe, dann habe ich das Gefühl, wenn ich mich regelmäßig auf die Matte lege, dass diese Beschwerden schneller abheilen. Die Matte soll ja, soweit ich es richtig verstanden habe, die Mikrozirkulationen in den Zellen beschleunigen, sodass Giftstoffe und Abfallstoffe schnell aus euren Zellen heraus transportiert werden, das Lymphgewebe aktiviert wird und aber auch die Kapillargefäße, also die kleinsten Blutgefäße in euren Körper besser mit Nährstoffen versorgt werden. Ja, zur Matte selbst. Ich selber habe die Matte eleganterweise oder praktischerweise bei mir einfach hier unter den Bettbezug gelegt, auf die Matratze also. Und hier ist der Stromanschluss für die Matte. Und die Matte selbst wird, hier geht das Kabel aus der Matte raus und geht dann hier rüber zur Box. Die Box selbst hat hier den An-Aus-Knopf und hat, wie ihr seht, hier verschiedene Wirkegrade, Wirkungsgrade von 1 bis 10. Und darüber hinaus aber auch noch drei verschiedene Programme. Das Programm 1 beginnt bei Stufe 2 und arbeitet sich dann bis Stufe 4 hoch, soweit ich weiß, 8 Minuten lang. Programm 2 beginnt bei Stufe 4 und arbeitet sich dann bis Stufe 6 hoch, 16 Minuten lang. Und Programm 3 geht 20 Minuten, beginnt bei Stufe 6 und geht dementsprechend auch bis Stufe 10 hoch. Also je nachdem, welche Stärke ihr gerade braucht, könnt ihr hier eure Programme einstellen. Ansonsten die einzelnen Stärken dauern jeweils immer 8 Minuten. Dabei ist das Vorgehen so, dass man, wenn man mit der Matte einsteigt, dass man etwa alle zwei Wochen die Stärke erhöht und bis man dann auch in den oberen Bereich kommt. Ich persönlich muss sagen, für mich am angenehmsten ist der Bereich zwischen 5 und 8. Man merkt auch, dass die Matte den Organismus stimuliert und aktiviert. Deswegen habt ihr hier auch die Möglichkeit, diese besondere Funktion hier auszuschalten. Wenn ihr euch einfach nur mal vor dem Schlafengehen drauflegen wollt, ohne jetzt besonders angeregt werden zu wollen, genau hier auf dieser Taste kann man das ein- und ausschalten. Und damit die Matte aber ihre volle Wirkung entfaltet, solltet ihr das Zeichen hier sehen. Darüber hinaus habt ihr hier drei verschiedene Schlafmodi. Also zum einen 7 Stunden Schlaf, dann 8 Stunden Schlaf oder auch 6 Stunden Schlaf. Dabei schaltet sich das Display nach dem Einschalten des Schlafmodus nach etwa einer Minute aus, sodass auch nicht dieses Licht euch stört, wenn ihr euer Zimmer nachts dunkel habt. Ja, was sei sonst noch zu sagen? Ihr seht, hier ist die Matte angeschlossen. Die Matte hat, die Box hat zwei Anschlüsse. Ich habe jetzt hier eine Matte angeschlossen und darüber hinaus ist hier noch ein weiterer Anschluss entweder für eine zweite Matte oder eben für ein ambulantes, für ein lokales Behandlungsfeld, das ich jetzt hier nicht angeschlossen habe. Euch aber auch vielleicht gerne im nächsten Video mal zeigen kann, wenn da Bedarf ist. Die Matte selbst ist hier ganz einfach an- und aussteckbar. Das Ganze funktioniert über so eine Art Magnetverbindungsstecker hier. Und er bringt euch auch eine Fehlermeldung, wenn die Matte nicht angeschlossen ist, weil dann kann die Box auch nicht funktionieren. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Box an sich, mit der Matte, auch wenn es ein stolzer Preis ist, den man hier investiert. Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, kein BEMA-Fachmann. Also ich habe das Gefühl, bei mir hilft es dem Körper, die Entgiftungsprozesse anzuregen und aber auch gleichzeitig Heilungsprozesse zu beschleunigen und die Zell- und Nährstoffversorgung im Körper zu verbessern. Und die Nährstoffversorgung in den Zellen und Blut- und Sauerstofftransport zu beschleunigen. Soweit ich das aus meiner subjektiven Sicht heraus beurteilen kann. Also die Investition lohnt sich. Ich meine, die Matte hält glaube ich in halbe Ewigkeit. Ihr habt sehr sehr lange Garantie da drauf und ihr könnt einfach, wenn ihr dann noch mehr zu dem Produkt wissen wollt, professionellere, spezifischere Infos, guckt einfach mal bei BEMA vorbei im Internet und informiert euch hier nochmal tiefer gehen, wenn ihr da Interesse habt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das klein kurze Video gefallen hat. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen und dann zeige ich euch eventuell, wenn ihr da wollt, auch nochmal das ambulante, lokale Behandlungsfeld und ja, oder auch noch mehr Infos über die Box oder über die Matte und auch über die Wirkung, die sie bei mir hat, wenn da Interesse und Fragen sind. Postet sie einfach im Kommentarfeld. Über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen und danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020